Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Atemate! Bereit? Los! Boom! Kopf los! Töne! So! Ey, das ist doch hier meine Falle. Warum zieht das mehr ab als der Ultrasnash? Hey, Master Hunt! Habt mal Lust, gegen dich zu kämpfen! Dafür sind die Schlachen da! Mal genauer noch ein Strich auf dem Boden. Ohhh, nööö Nur ein bisschen Schaden zu wenig. Ich bin enttäuscht von dir, Mi Boxi. Irgendwie ist diese meistens schwächer. Und hier haben wir auch diese Meisterin besiegt. Und hier haben wir auch Nachschub bekommen. Versteckung für die Streitkräfte für deine neue Kämpfe warten auf dich. Physis gewinnt die Überhand. Das Weg, das Kira schützt, ist gewichen. Hm. Nee, so lange immer. Aha. Gruppe ändern, weil das ist ja ein Kampf, der einfach nur unfair ist. Unser treues Alien. Hm. Bereits? Los! Hm. Hallo, ich bin hier in der Zeit. Tu mal was. Und hau den da raus, du. So. Oh, nee. Und... Los, pummel los Na toll, unverwundbar Ich führ die Krise Oh Es ist so gruselig, so bösartig Es ist ein Pummelhof Und es ist besiegt Zum Glück Also, mal sehen Zwei Pits Keine gute Sache Ich hasse euch Bereit Los Also, mal sehen Ich glaube, das ist ein Traf. und langsam geben wir diese Nachricht auf die Nerven ah Kios der Gott der Pokemon los los hey kann sie mal aufhören ja ja weil der Kampf ist unfair bereit los so ich habe die schon einmal besiegt dann werde ich es auch ein zweites Mal schaffen na toll was hast du hier fängt mich zu sehr ab da flogen die Bananenschade ja ach du mhm da sieht man dass Mi Kämpfe ja Mi-Fakere nichts gut sind aus oder dass Ich drück jetzt halt springen, was tut das gar nichts? Oh, 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 oh. So Jetzt komm mal Sag auf Wiedersehen Hallo Ah 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 Langsam in Ruhe Ah 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 Hast du mal auf, mich so rauszuschleudern? Das ist nicht rekonform, das Cheaten, du. Das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform. Das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform. Das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform. Das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform. Das ist nicht rekonform. Das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform. Das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform. Das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform, das ist nicht rekonform. kam an die speechblockskuhren. Oh. Eigentlich ist er weg. Hat ja lang genug gedauert. Also ich könnte jetzt schon gegen Kira kämpfen, aber nö. Peach-Eyes Braut. Ja, los, weg mit Pia. Ja, los, weg mit Pia. Und geschafft. Ich hab doch schon Pia als Braut. Wie kann ich sie damals bekommen? Big Mac. Ja, los, weg mit Pia. Ja, los. Hallo. Niederlage. Fortsetzend. Nicht erworgen, schau. Hallo. 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 Niederlage. Fortsetzend. Wähle deinen Kämpfer. Gute Frage. Nächste Frage. Die Schwertkämpfer. Die Schwertkämpfer. Ich hoffe, dass das auswesbringt. Bereit? Los! Hey! Ach. Niederlage. Fortsetzend. Nochmal. Vorne. Problem bei dem ist, der hat irgendwie kein... Wir sind zurück. Nein! 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 Ei! ei, weil's Attacke ist, wo du dich rauscomst. Ich fall ja gar nichts vom Glauben ab, du... schummler. Der packt sich einfach so ein Tag immer raus. Ne Vange. Ne Vange. Und tschüss. Ey. Du. Ich gehst. Du bist. 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 Niederlage fortsetzen! Ja. Wieso können die ganzen Krüger nicht fair sein? Es gibt doch schon zu genügend wenige Spieler, die unfair sind. So, jetzt rein. Hallo. Schon wieder rausgebargt. Das ist doch nicht wahr. Wie gesagt, warum können einfach die Computergegner nicht mal fair sein? Das ist doch nicht wahr. Ah! Jetzt kommst du nicht da raus! Und schön weiter! Oh! Niederlage fortsetzen! Weil so ist einfach nur unfair. Bereit? Los! Oh! Ah! Oh! Das kann doch nicht wahr sein! Schon wieder! Oh! 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 Untertitelung. BR 2018